Grüß Gott aus Bayern Jemand sagte mal, wenn ich wüsste, dass Jesus morgen wiederkommt, würde ich heute dennoch einen Baum pflanzen. Da aber niemand den Tag oder die Stunde kennt, noch nicht einmal Jesus selbst, können wir getrost normal weiterleben, ohne uns mit dem Tag und der Stunde zu beschäftigen oder uns darüber Sorgen zu machen. Die Freude und Zuversicht, die wir haben, ist, dass wenn er wiederkommt, wir entweder mit ihm aus den Wolken herabkommen werden oder ihn mit offenen Armen und Herzen hier auf Erden begrüßen dürfen. Nun möchte ich mit einer weiteren Hilfe kommen, wie wir biblische Prophetie verstehen können. Und das ist in 5. Mose 29, Vers 29. Einer der größten Hinderungsgründe, biblische Prophetie zu verstehen, ist, wenn Leute kommen und sagen, dass sie alles wissen. Und dass sie genau vorhersagen können, was als nächstes geschehen wird. Und manche werden dir sogar weismachen wollen, an welchem Tag der Herr Jesus wiederkommt. Wie erstaunt bin ich doch gewesen, wie viele Christen sich dadurch verführen ließen. Denn Jesus hat auch selber gesagt, dass niemand den Zeitpunkt, die Stunde kennen wird. Jeder Mann, der vorgibt, den genauen Tag zu kennen, ist ein falscher Prophet. Und davon hat es viele gegeben. Und mich überrascht es überhaupt nicht. Was mich überrascht hat, ist, dass so viele Menschen sich täuschen ließen. Denn es sind ja Menschen gewesen, von denen ich meinte, sie hätten es doch viel besser wissen müssen. Aber Menschen, die andere Christen so in die Irre führen, sie lassen es letzten Endes geschehen, dass man sich mit biblischer Prophetie überhaupt nicht mehr beschäftigen will. Der Teufel hat ja zwei Haupttaktiken. Wenn Gott etwas Gutes für uns vorbereitet hat, dann ist des Teufels erstes Ziel, uns davon fernzuhalten. Wenn er das aber nicht fertig bringt, dann wird er das Letzte verunglimpfen wollen. Und ich habe es selbst erlebt, wie der Teufel viele gute Dinge, die Gott vorbereitet hatte, verunglimpft hat. Ich selber habe mich jahrelang schon damit beschäftigt, Dämonen aus den Menschen auszutreiben. Das ist etwas, was in dem Evangelium uns ganz klar dargestellt wird. Der Teufel würde sich freuen, wenn wir davon nichts wüssten und auch nichts dagegen täten. Wenn er aber darin keinen Erfolg hat, dann wird er versuchen, solch einen Dienst einfach in den Schmutz zu ziehen. Und ich habe das sehr, sehr oft erlebt. Menschen, die diesen Dienst missbraucht haben, ihn gebraucht haben, um ihr eigenes Ich-Ego aufzubauen. oder um viel Geld damit zu verdienen. Oder sich selber einen Namen machen zu wollen. Leider tut der Teufel das auch bei biblischer Prophetie. Wenn es ihm möglich ist, wird er uns versuchen, von der Prophetie biblische Aussagen abzuhalten. Wenn er uns bei diesem Studium nicht hindern kann, dann ist seine zweite Taktik die, dass er das Ganze irgendwie verunglimpfen will. Und das tut er dann durch Menschen, die vorgeben, biblische Prophetie zu kennen, aber das Ganze falsch anpacken. So habe ich hier einen Vers in 5. Mose 29, Vers 29, dieser Vers hat mir so großartig geholfen. Und ich bete darum, dass er euch ebenfalls dabei helfen wird. Es heißt hier, Was noch verborgen ist, steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber offenbar ist, gilt uns und unseren Kindern ewiglich, damit wir alle Worte dieses Gesetzes erfüllen. Es gibt also zwei Dinge hier. Geheimnisvolle und geoffenbarte Dinge. Das Geheimnisvolle ist nur Gott bekannt. Wenn wir also das Geheimnisvolle aufdecken wollen, geraten wir in Schwierigkeiten. Das eine Geheimnisvolle ist zum Beispiel der Ankunftstag des Herrn Jesus. Jesus sagt, dass niemand ihn kennt. Weder die Engel, noch Jesus selber, sondern nur Gott der Vater. Nur eine Person im ganzen Universum kennt diesen Tag. Aber so viele Christen sind so beschäftigt, das zu ergründen. Sie verschwenden einfach ihre Zeit, indem sie aufdecken wollen, was Gott nicht aufgedeckt haben will. Auf der anderen Seite gibt es aber Dinge, die sind geoffenbart. Und Gott will, dass wir diese kennenlernen. Allgemein gesprochen, die Leute, die so an dem Geheimnisvollen interessiert sind, sind überhaupt nicht an dem interessiert, was schon geoffenbart ist. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!